Ja, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Smash Brothers mit dem alten Klötenkreis. Ravioli. Ravioli in Käse. Hm, mit kleiner Senfbeilage. Selbstgemachter Muttermilchkäse. Den man reibt. Weißt du, den lässt man trocknen über zwei Jahre hinweg. Dann reibt man den so ganz fein, dann wird das so ein leicht pudriger Staub. Was meinst du, wie Veganer das so machen? Und den kann man auch sniffen. Oh, Mr. Game in Touch. In Weiß. Nahezu unsichtbar. Alter. Aber hier, zack, die Drachenfaust. Wenn du jetzt Veganer bist und keine tierische Milch und so, dann kannst du ja nur Muttermilchkekse backen jetzt an Weihnachten zum Beispiel. Muttermilchkekse an Weihnachten? Ja schon, oder nicht? Oh, oh. Ich wurde direkt weggefegt. Ich habe zehn Sekunden geliebt. Mies am Chillen, der Typ. Mies am Chillen. Was ist los? Hier oben am Camp, oder was? Du brauchst dich nicht rein, ha? Hast Angst vor dem krassen Battle hier. Bam. Guck mal hier drüben, Mr. Game in Touch. Naja, er steht da rum und chillt. Mr. Chill in Touch. Mr. Chill in Touch. Silicon Touch. Lock dich in den Keller, Mann. Zack, 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 zack. Oh Mann, hier. Mafia-Style. Hast du jemals einen Drache gesehen mit einer Knarre? Hast du jemals einen Drachen mit einer Knarre gesehen? Er hat einen Pokéball. Unfair. Oh, wow, 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 wow. Da hinten kommt mein Kollege. Nein! Jawohl, gib ihm ins Gesicht. Boah, ich bin doch schon so gut wie tot. Ich habe so viele Prozente. Muss man es dann gleich wieder übertreiben? So, zack, 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 zack. Alter, da gehen die Prozente hoch, wenn du hier die Knarre hast. Boah, was ist hier los? Du blickst ja gar nicht mehr durch. Maden und Viege und Zahlen. Ey, da kommst du ja nie wieder drauf klar. Dr. Kamashiva und B-Bombe. Wem gehören die Zahlen? Boah, ich bin raus. Da wurde ich terminiert. Ich glaube, ich nehme mal so eine Made hier. Ich habe mir auch gerade eine genommen. Bam! Boah, der Drache dreht durch. Ja, es ist voll unfair mit dem Drachen. Ey, der Drache ist ja mies. Aber ich weiß auch nicht, kann man den irgendwie beschwören hier? Nein, nein, man kann den irgendwie zähmen. Ja, aber wie? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man muss ihm genügend Damage machen. Irgendwann sagt er, hey, du hast mich genug gehauen. Jetzt bin ich auf deiner Seite, Kompe. Macht man das so? Ich glaube, ja. Naja, mit Russland oder Krim hat es ja auch funktioniert. Ja, deswegen. Einfach genügend draufhauen und irgendwann sagen die, yo. Oh nein, Game in Touch. Oh, Snoop. Oktopussy. Alter, Oktopussy. Ey, was ist das für ein krasser Schiss? Ich muss ihn ausbremsen mit einer Sonne. Oh nein! Alter, die Game in Touch-Fähigkeit. Der toucht aber jetzt hart. Oh ja, aber er blinkt. Wieso kann ich das hier? Bam! Sag mal, ist das überhaupt... Das ist das Mongo-Sterde. Ey, 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 ey. Ich habe es genau ins Gesicht geworfen. Zack! Oh, das war ein Strike. Denk inzwischen die Augen. Glorak, bam, bam, bam. Glorak, bam, bam, bam. Und jetzt hier, jüdische Schellen. Jüdische Kelle. Schmausi. Zack, da schleicht er sich. Und zack! Der kommt noch! Bam! No! Der kommt noch, sagt er. Der kommt noch. Oh, ich muss mich hier ganz schnell verpissen. Ja, aber richtig. Oh, ich habe einen Stern. Oh nein, nein, einen Stern. Zack, Immun. Zack, Immun. Backslub. Immun, hat er gesagt. Was hast du schon wieder im Mund? Im Mund habe ich ihn. Den Stern. Komm schon, ich muss ihn beschwören. Ich habe ihn. Er arbeitet für mich. Rügelt ihn, solange er am Boden liegt. Nein! Für die Gewerkschaft. Meiner ist es jetzt. Für die Gewerkschaft. Ey, das ist doch unfair. Ich hatte ihn die ganze Zeit. Na, gar nicht. So, jetzt bin ich groß. Mit über 200% Bitches. Ja, hier, dann schluck das. Er ist wieder bei mir. Ha, er weiß eben, wo er hingehört. Er weiß eben, wo er hingehört. Hier, du kriegst einen Schlag im Nacken. Kannst du mal schön absausen hier. Nein, 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 nein. Smoky moves. Smoky moves. Oh nein. No. Was macht er? Alter. Er fliegt wieder zum Mond. Ich kann... Oh Gott. Was ist passiert? Ey, das ist doch nicht erlaubt, oder? Ist das nicht illegal, was er eben gerade gemacht hat? Ich habe keine Ahnung. Kann man das nicht irgendwie der Konvention melden? Der Konvention. Wer hat denn hier einen Hammer? Oh nein, Game and Tralala. Er da unten, man sieht ihn gar nicht. Nee, der ist so klein. Und dann noch in diesem Tarnmodus. Zack. Der Drache. Nein. Was ist jetzt los? Standbild. Hä? Wer hammert denn hier? Es gibt zwei davon? De, 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 de. Alter, Game and Touch hier. Der ist gar nicht mal so doof. Nee, der ist, der ist wirklich the man. Oh nee, ich habe den Köter, der dir Essen gibt. Und bin jetzt irgendwie selber hier in den Abgrund geslidert. Ja, das habe ich gesehen. Ich habe mich schon gefragt, was du da machst. Ich wollte mal was Neues probieren. Ab und an muss man eben auch Neues ausprobieren. Ey, der hat eine Pfanne. Hast du es gerade gesehen? Der hat mir volle Kanne mit der Pfanne. Und du hier in der Metal Edition, ha? Ich bin einfach so. Das sind meine Muskeln, die sehe. Deswegen sehe ich so Stählern aus. Seine Muskeln. Ey, der wirft mit kleinen Pigments. No, die klauen das Ding hier. Hast du es gerade gesehen? Nein, die klauen das und spielen es ihm zu. Aber ich habe es ihm weggenommen. Und es ist hier so ein krasser Cowboy. Ja, der Cowboy gehört aber mir. Komm schon. Du willst für mich arbeiten, Junge. Du willst für mich arbeiten. Was rufen die hier? Schulk? Ja, ich glaube schon. Nein, nein, ich glaube, die rufen Mr. Game and Watch. Ich habe einen krassen Cowboy. Game and Watch. Nein! Ich habe zu hart geslidet. Was ist jetzt? Alter, er hat Freunde. Ja klar, ich hole meine Kumpels und verprügel Mr. Game and Watch. Die ganze Cino Gang hat er da geholt. Die ganze Cino ist da. Hier, Maden in dein Gesicht. Oh, er hat so viel Prozent. Unmöglich. So, hier. Zack. Hä, wo bin ich jetzt? Ja. Wo bin ich? Jetzt mal ehrlich, wo bin ich denn? Ich bin rausgeflogen. What? Wo war ich denn? Wir waren unsichtbar. Wir sind alle unsichtbar. Bam. Bam. Ey, da hat er sich den rangehämmert hier. Ja, klar. Den musst du dir ranhämmern. Den musst du dir erstmal schön weich klopfen. Dann arbeitet er für dich. Ich habe ihn vorhin mit meinem Schwert bezirzt. Illegale Schwertsirze sind verboten. Wow. Das war eine richtig derbe Kanone. Richtig fieser Angriff eigentlich. Hier mit einem Brocken auf den Boden gekommen. Hallo. Lasst ihn doch mal. Greifen Sie hier voll den Drachen an. Ich kann überhaupt nichts dafür. Erstmal weg hier, Junge. Nein. Game in touch. Jetzt hat er hier diesen Asbest, Mann. Ja, sag ich doch. Jetzt schmeißt er mit seinen Asbestplatten. Weißt du? Weil du wieder hier alle deine Freunde, weißt du? Du spielst ja auch diesen unfairen Schulk. Gar nicht. Klar. Ich kann den überhaupt nicht. Schulk ist unfair. Alter, Mr. Game in touch ist immun. Ja, klar ist der immun. Immun gegen Asbest. Oh, was war denn das krasses? Alter. Game in brush. Bam. Da habe ich hart beschleunigt. Wo ist er denn? Was macht er denn hier? Was ist hier los? Was ist hier los? Ich schlag dich. Ist mir egal. Explodierende Maden. Hallo? Oh nein, du hast das Hühnchen geschlagen. Jetzt laufen die Amok. Viel Spaß. Oh nein. Komm ich halt hier rüber. Nein, nein, nein. Geh ja weg mit deiner Hühnerpestilenz. H5, N1. Ey, du hütende Bienen. Boah. Hatt ich gar keine Chance. Und noch vier Leben. Driller Vanilla. Driller Vanilla. Was sagst du? Weil ich bin hier der Drachenbändiger. Das ist nämlich einfach die Sache. Alter, wir müssen mal hier Alf bekämpfen. Na, der Drache gehört jetzt mir. Niemals. Fuhu, wie kannst du mir sagen. Ist mein Glücksdrache jetzt. Ey, man blickt gar nicht durch. Was ist hier alles? Ich hätte den anderen Drachen davon erzählt. Bam, 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 bam. Hier, Drache mit einer Utzi. Boah, krasse Explosion. Das ist gar keine Chance. Nein! Danke. Wow, 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 wow. Cool bleiben, Drache. Cool bleiben. Bam. Gegen Alf kämpfen. Nein, die Kanone. Lass den Drachen in Ruhe. Boah, krasse Pokémons. Und gegen den Monitor. Boah, wie er ihn aufgehalten hat. Obwohl er eigentlich Richtung... Was weiß ich wohin unterwegs war. Oh, der weit, weit weg ist. Ach, ey, du schon wieder. Nein! Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Tja, was hast du jetzt davon? So, ich hab erstmal hier Alf genutzt. Und Game in Touch. Ja, wir müssen Alf lutschen. Aber der zackt hier an meinem Brain. Ja, und du zackst mir mit deinem Kackschwert ins Gesicht. Ja. Hier, Feuerball. Der A sagt, muss auch B vertragen. Ja, hier, zack. Das war ich. Aber egal, ich hab hier so einen kleinen Blätterwerfer. Was ist der Blätterwerfer? Büro-Futzi da. Und ich hab den schwarzen Mega-Man. Was machst du jetzt? Ja, erstmal zur Seite gehen, weil der Drache kommt. No! Alter, ihr Schweine! Ach, da kam ich nicht mehr zurück mit dem Drachen dann noch im Nacken. BAM! Ah Mist, der hätte eigentlich nach vorne gehen sollen. Ich hab halt den Drachen getroffen. Ja. Was macht der denn jetzt da? Boah, ich muss den Stein holen. Boah, was war denn das eben gerade? Ich weiß nicht, aber ich hatte keine Chance. Wow, 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 wow. Krasser Scheiß. Wieso war ich nie bei dem Ufo eigentlich aus? Wie geht denn das? Alter, der Drache rapet mich. Für wen arbeitet der Drache? Ich hab nur noch ein Leben. Jetzt. Ey, wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, Teamwork. Ja, klar, jetzt wo wir beide noch ein Leben haben, erfahren wir meine Leben. Boah, was war denn das schon wieder? Woosch, der Drache kommt. Wir haben keine Chance. Wir werden drauf gehen. Ey, der Drache macht mich hier wirklich gerade ganz schön rund. Kann man mal den Drachen irgendwie überzeugen? Boah, ich brauch diesen Pilz. Nein, Game in Touch. Oh, guck dir das an. Gib dir mir da volle Kannen Feuerball in die Fresse. Ich bin raus. Du musst es jetzt alleine reißen. Ja, klar. Die haben beide noch hier. Guck mal, wie viel Prozent ich hab. Egal, das kriegst du hin. Ich glaub an dich. Ich bin letzter. Komm, das schaffst du noch. Das schaffst du noch. Come back. Achtung, ihr habt einen kleinen Stern. Pass auf den kleinen Stern auf. Der macht so einen Wirbler. Achtung. Oh. 200 Prozent. Ey, aber guck mal, wie geplant der. Wie geplant der ist. Den Pokéball. Schnell. Was ist das? Der kleine Feuerfox. Jetzt hau ihn. Hau ihn dann. Mit Anlauf. Genau, genau. Sehr gut. Oh Gott. Aber hier gegen Alf. Alf ist zu krass. Und da kommt der Drache. Du musst dich zurückziehen. Du musst dich zurückziehen. Oh nein. Jetzt gibt es noch Wetten. Keine Chance. Wetten da draußen am Monitor. Wer gewinnt? Game in Touch oder Alf? Es fällt jetzt die Frage. Wer bekommt den Drachen da hinten? Natürlich gewinnt Alf. Alf ist total der miese Fäcker. Ja, der ist vom... Weißt du, was der auf dem Mars... Oh, aber hier, Game in Touch. Der kann immer irgendwelche krassen Sachen beschwören. Guck mal, aber... Hier, zack, bam, 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 bam. Mixer Boy. Die kämpfen gar nicht selbst gegeneinander, weißt du? Der Drache kämpft da gegen den Shaolin. Oh, aber hier. Der Shaolin dreht durch. Alter. Hammer Teil. Aber Mister ist ein Hammer. Aber Game in Touch, er... Überlebt das Ding, oder? Nee. Er hat keine Chance. Nee. Hammer auf den Kopf ist vorbei. Wie im wahren Leben. Hammer im Gesicht ist einfach zu hart. Alf hat gewonnen. Ja. Ja, war eine deftige Runde. Ja, angenehm und unübersichtlich. Aber Alf hat nur sechs gekillt. 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 Aber... Aber irgendwie, ne? Ja. Das Glück auf seiner Seite. Ja, das ist die Strategie. So wie du das vorhin gemacht hast. Einfach an die Seite stellen und warten, bis die anderen nicht zerfleischt haben. Nein, 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 nein. Ich hab das anders gelöst. Viel politischer. Aber wir sehen uns in der nächsten Runde. Wir machen immer danke fürs Zusehen und... Tschüss. Willemann.